Hallo an alle! Ich wollte mich einmal kurz vorstellen. Ich bin Melina, die neue Fremdsprachenassistentin für das Fach Deutsch. Ich habe viele von euch schon kennengelernt, entweder im Unterricht oder in der Schule gesehen. Viele von euch haben mich vielleicht auch schon gesehen, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, diejenigen, die ich noch nicht kenne, noch kennenzulernen und mit euch ganz viele interessante Gespräche zu führen. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Wochen hier. Ich habe mich schon gut einleben können, habe eine nette WG gefunden, mit denen ich mich sehr gut verstehe und mit denen ich auch mal essen gehen kann oder feiern gehen kann. Ich finde die Stadt bisher sehr, sehr schön. Vor allem freue ich mich auch darüber, dass es hier noch nicht so kalt ist wie in Deutschland. Ich habe aber auf jeden Fall bisher nur nette Menschen kennengelernt, die sehr hilfsbereit waren und auch mit mir Spanisch gesprochen haben, weil ich bisher öfters mal die Erfahrung gemacht habe, dass mit mir Englisch gesprochen wird, weil ich einfach nicht Spanisch aussehe. Es freut mich aber sehr, dass ich hier auch Spanisch sprechen kann, aber ich freue mich auch, wie gesagt, sehr darauf, mit euch Gespräche auf Deutsch führen zu können und zu erfahren, was ihr an Logronio toll findet und was ich unbedingt hier noch machen muss. Ja genau, also ich bin gespannt, was die Zeit hier bringen wird und freue mich sehr darauf, euch alle kennenzulernen.